Guten Tag Leute, jetzt mal wieder mit StarCraft oder bei StarCraft und ich sehe gerade, man kann hier irgendwas, World Championship Serie, keine Ahnung was gucken. Aha, Finale Season 1, da kann ich mir gleich hier mal angucken. Naja, aber wir sind jetzt, also ich bin jetzt wieder zurück, also ich war letztens krank, hab jetzt auch ein bisschen schnupfen, gestern, äh, keine Zeit mehr vorgestern, zu müde, also dann heute wieder und direkt mit StarCraft und wir spielen heute Arcade. Stöber, Nick, Star-Edition, weiß, gespielt. Hm, spielen wir doch, denk mal, hier. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Äh, einfach mal spielen. Oh, warte, ich hatte meine geile Uhr nicht angemacht an meinem Handy. Okay, und, ähm, wie ihr seht, hab ich ja ein neues Intro. Ah, ne, ich hab ja so eine Uhr da. Also brauchen wir das nicht. Naja. Naja, so ist das. Dann laden wir schneller. Ah ja, und wegen Assassin's Creed spiele ich auch weiter, aber da hatte mein Fraps letztens, keine Ahnung, hat ein bisschen gespinnt, deshalb hat er so geruckelt. Kann ich auch nix dran machen. Auf jeden Fall, ich hab keine Ahnung, wie lang das hier wird. Oder wir rattern das jetzt einfach in einem, einen Stunden-Part durch. Kommt drauf an, wie lang's dauert, ne? Ah, lol, wie lang dauert das, ey? Da kann ich ja jetzt noch eine Temple Run zucken. Ja, ja, und, äh, wie ihr vielleicht merkt, ich bin jetzt lauter. Ich hab aber im Headset was verstellt, dass ich jetzt lauter bin. Also, oh, geht los, naja, dann. Level 1. Aha, start, bla bla. Ah, start. Klick einfach mal da drauf. Ah, Randal. Oh, scheiße, was muss ich hier machen? Ich klicke einfach mal alles an. Ich weiß nicht, was das bringt. Ah, da pliezt du... Ah. Ah, ha. Es geht erst in 14 Sekunden los. Ah, no, Chazo. Okay, dann nehmen wir doch dein Chazo. Okay. Ich hab jetzt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aha. Ist das meins? Was ist der denn da? Ah. Ah. Klick einfach mal da drauf. Kann ich den jetzt fliegen? Ja. Ach, genau. Ach, genau. Das ist doch mal hin. Ja, keine Ahnung. Kann ich den jetzt so zickeln. Häh. Heu. Ah, die Königin ist so abartig schnell. Die Königin ist abartig schnell. Hihihi, meine Königin ist abartig schnell. Finde ich lustig. Ah, ich brauch ein paar Zerkel. Keine Ahnung, was dieser Worker hier macht. Ah. Ah. Hm. Hm. Sand Circle. Circle. Ah, ich bin Power. Gegen wen kämpfe ich hier eigentlich? Nicht genug Wespin-Gas. Äh, lol, Mama. Warum hat der ein Tor? Ach so, die Runde ist doch gar nicht zu Ende. Hier sind sie noch irgendwann bekriegen. Das ist da drin. Ach, das ist ein Null-Wes... ein Rich-West-Pin-Gasir. Keine Ahnung, was das Ding bringt, ein Rich-West-Pin-Gasir. Ich glaube, ich kann jetzt wieder Leute bauen. Oh, das ist ein cooler Rich-West-Pin-Gasir. Aha. Was hat das jetzt gebracht? Der hat eine Kuh-Herde. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Bei so einem Eingammelspiel habe ich eine Kuh-Herde gebaut. Jetzt ist mein Ultra-Fast-Queen. Niauuu, Mama. Oh, wo kann ich denn überall hin? Oh. Ehe langweilig. Äh, ein... Asphyrus ist vier. Hier sind überall meine Leute. Der hat einen Phönix und einen Madudur. Oder sowas ähnliches. Irgendwie so ein schwarzes Loch. Hat der Tor... Zeus? Aha. Ich kann das Spiel hier überhaupt nicht, also... Oh, fuck! Loll, ich bin ja voll der Pro. Ah, hier kann ich cool Städtliche machen. Finde ich gut. Weiß aber nicht, wo ich das Geld herbekomme. Builds Born of Dragon. Keil. Machen wir da einfach mal. Hat das irgendwie nichts gemacht? Ah. Ah, ich kann noch einen neuen Worker bauen. What the fuck? Warte mal, kill mich grad. Oh mein Gott. Noll. Noll. Nur wer hat's überlebt. Gegen Overlords. Warte mal, ist das wieder... Warte, warte, warte. Nur einer, der mit Overlords angreift. das sind die haupt Oberlohn so noch ein paar schöne Zerklinge was sind die langsam diese Mongols ah ok oha jetzt habe ich jedes Bette gegen so Leute gewonnen lol ich gewinne das immer wie pro bin ich denn das ist wohl einer von uns ah ah was ist das denn hier was ist das ich bin halt einfach zu doof für dieses Spiel naja immer noch nicht was bringt das get ressourcen ja das weiß ich auch Gas Cap warte mal wir haben jetzt ganz viel Gas oh ich kann ja nicht steuern seit wann kommen die nach oben nein ich habe eine verloren ach die müssen dann jetzt da oben rein machen sowas meine Leute auch auch das ist unsere Base ah ah das ist unsere Base ok bildet Zerkling bildet Zerkling mein mit mit die die schreiber mit sie hat A... S... A... Guten Morgen! Meine Leute laufen einfach rein. Bin ich zu doof für das Spiel? Cell Tower Level 1 Ich kann die die ganze Zeit wieder verkaufen Ich spare jetzt auf 180 und hole mir einen geilen Ultralisken Mach erstmal dann hier Äh Ja, was bringt sowas denn? Ah, keine Ahnung, den ich voll überfragt Eine Kuhherde? Da war ich was Zeit unterwischen Ich weiß nicht, was das bringt Oh, hat er mich mit einer Kuhherde angegriffen Und wo laufen meine Leute hin? Man Lol, wie klein sind die? Ich dachte jetzt, als wäre eine volle Obermusschie Lol, what the fuck? Aber, hä? Was ist das, Centaur? Der kommt aber gar nicht her Oh, ich bin da einfach zu doof Und wie ist denn so ein Zeus-Hans gekommen? Oder ein Veteran Und infern, keine Ahnung Lol Lol Das ist mal voll der Obermusschie-Einheit Der schreibt 14 HP Was ist 14 HP? Achso, das Ding ist 14 HP Kommt er jetzt zu mir? Ah, wie schade Er ist doch zu mir gekommen Ich bin hier Äh, noch einen Raushauen Er braucht 20 Geld Mir ist das Spiel hier zu schwer Ich bin total kein Fun Naja, wir machen auch die Welle, dann höre ich auch keine Ahnung Das ist wirklich total Unlustig Aha Na ja, das sind jetzt bestimmt schon 18 Medusa Aber ich muss noch eine Sache austesten Build to Medusa Ah 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 Kann man es hier so machen Und dann kann man sich da hier so irgendwas draus machen Ja, daaaann Aber trotzdem Upgrade habe ich geführt Upgrade durch Achso, das war ein Upgrade Ich bin voll der Pro, aber ich habe keine Lust mehr Naja Naja, Leute Dann bis irgendwann mal Jetzt hat mich noch so ein Typ angeschrieben Den ich auch nicht kenne Hi, can you play 101 later now? Naja, okay, dann Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.